hallo und herzlich willkommen zurück zu world of warships motility und viele haben ja immer gefragt fahr doch mal wieder flugzeugträger ja ich habe in meiner kramkiste was sich so hafen nennt hier mal geguckt und ich habe tatsächlich ein stufe 5 und das ist der japaner weiter bin ich noch nicht und mit mehr kann ich im moment auch nicht dienen also ab auf die piste mit unserem stufe 5 zu jv flugzeugträger viel spaß so da sind wir auch schon und wir starten hier auch gleich mal unsere jäger wir haben als gegner eine lengle und ebenfalls eine zuhio das kann also schnell nach hinten losgehen ich bin kein profi was flugzeugträger angeht ich mache das so als hobby und mal gucken ob wir irgendwas kaputt kriegen wir sind unterwegs mit unserer lieblichen tigerin und der nubia so ja viel brauche ich ja nicht mehr zum flugzeugträger erzählen habe ich ja schon haufenweise videos zu gemacht also wir haben hier unsere staffeln wir haben torpedoflieger und wir haben jäger sowie sturzkampfbomber so sturzkampfbomber hinterlassen halt feuerchen und sind relativ präzise relativ und die torpedoflieger machen halt genau das was der name sagt die schmeißen torpedos so und seger sind natürlich der schutz für unsere bomber die sind nämlich relativ schutzlos wenn jäger hier kommen so mein bett hat schon mal funktioniert und nie hat er nicht schade aha so ist es ärgerlich wir können alles ja auch manuell irgendwie benutzen und abwerfen das ist auch ziemlich wichtig sollte man auch tun so jetzt nicht über die emerald mit unseren jägern das müssen wir nicht haben was haben dann da drüben haufenweise bomber so ich warte hier natürlich auch gute ziele hier aber gute ziele und zwar sind das hier v 170 und keppeltown so die bomber können wir natürlich jetzt auch manuell abwerfen aber das kommt später und jetzt haben wir hier erst mal ein paar dds die torpediert werden wir haben zwei torpedos getroffen sehr gut was können wir hier noch mit denen hier machen unsere jäger haben gerade langeweile die fliegen hier nur um das wollen wir natürlich nicht währenddessen fliegen unsere bomber jetzt zurück zu unserem träger so ich habe jetzt mal geguckt wo unsere flotte hinfährt wir fahren hinterher und unsere bomber werden angegriffen ich lasse die immer hier bei den dds damit sie halt alles noch mal aufmachen kommt 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 an das war jetzt ein manueller abwurf und ihr seht es mitten ins ziel 1500 ist okay was ich jetzt aber mache nein das machen wir nicht wir lassen unsere bomber auf ziel so das ist jetzt wichtig die bomber müssen jetzt hier nämlich die dds offen halten die sind leer die sind schnell das heißt wir können auch wieder abhauen und ich brauche sie gerade nicht denn wir haben natürlich hier unsere torpedoflieger die ich jetzt gerade wieder starte und unsere bomber bleiben jetzt leer wie sie sind erstmal hier oben und kreisen ein wenig mal gucken ob wir den dds noch finden die sind beide tot okay dann können die auch zurück und ziehen sich zurück währenddessen greifen unsere torpedoflieger jetzt wieder an mal gucken ob wir hier irgendwas finden wir haben hier sehr viele kreuzer ich denke ich fliege einfach mal nach oben da ist viel mehr los unsere jäger haben eh gerade langeweile und ach guck mal an was wir hier gefunden haben unsere bomber brauchen wir wie gesagt ja nicht da schicken wir unsere bomber jetzt noch mal hier rüber zu unserem dd der gerade offen ist und lassen den einfach lassen einfach kreisen dann die soll nichts machen die soll nur kreisen sie soll den offen halten das nervt total und wir gehen mit der mit den jäger noch mal kurz auf jagd währenddessen mit unseren torpedogestützten flugzeugen hier noch mal auf einen angriff auf die könig würde ich sagen ja das ist eine gute idee nein das ist eine schlechte idee weil da kommen jäger so aber unsere jäger kümmert sich um die werden das wohl heute hoffentlich auch schaffen und wir greifen jetzt die königern so die könig geht darum jetzt surfen das ist cool da können wir ein bisschen was machen könig ist allerdings gefährlich weil die relativ viel flackert relativ ja im gegensatz zu anderen schiffen auf stufe 5 aber das sollte ganz gut klappen mit der alttaste könnt ihr hier jetzt manuelle ziele bestimmen unsere jäger verlieren da gerade ganz schön an boden das gefällt mir jetzt nicht so so mal gucken ob unsere torpedos hier nochmal treffen ich habe ein bisschen zu spät abgeworfen das ist eine kunst die ich noch meistern muss aber wir haben immerhin vier torpedotreffer so ein jäger hat natürlich überlebt toll aber hier unser anderer flugzeugträger ist auf zack sehr gut und ja was machen die hier die brauchen wir jetzt nicht mehr die habe ich vergessen denn wir haben keine dds mehr die gegner so das heißt wir haben jetzt eigentlich unseren shop getan wir haben deren dds rausgenommen beziehungsweise aufgemacht einen davon massiv beschossen getroffen wie auch immer und jetzt gehen wir weiter auf supporting mit unseren torpedos aber das dauert jetzt noch weiter denn die flieger müssen natürlich erstmal zurück deswegen bringe ich jetzt unseren flugzeugträger hier mal ein bisschen näher ran und gucke einfach ein bisschen zu was die leute hier so machen so wir haben wieder jäger damit können wir vielleicht ein bisschen was anfangen ich habe keine ahnung wo der gegnerische flugzeugträger ist oder wo die flugzeugträger sind aber schon finden so wie geht es euch da bittels sieht doch gut aus alles gut ja die könig da ist ja nun wirklich wahrlich kein problem für euch so eine torpedostaffel ist schon mal wieder fertig die werde ich noch mal starten die andere landet gerade erst ist ein bisschen blöd dass die auseinandergerissen wurden da sind halt die jäger jetzt durch den start dazwischen gekommen aber macht nichts die anderen schicken wir auch dahin mit den tasten 2 3 4 5 können wir die natürlich im shortcut verfahren auswählen wir können auch einen rahmen ziehen so ein hier um die auszuwählen wir können aber auch die shift taste gedrückt lassen und dann drei und vier um mehrere auszuwählen so wie ich es jetzt hier mache so und da kommt bomba die fangen wir mal ab naja zumindest werden wir sie mal ein bisschen auseinander nehmen ich glaube nämlich nicht dass ich sie noch kriege bevor sie bei kitty sind die habe ich zu spät gesehen was ich aber machen kann sind die torpedodinger abfangen das ist glaube ich sehr viel sinnvoller und unsere torpedoflieger kommen was greifen wir denn an was macht denn sinn die new york oh ne die zu hio macht Sinn wir holen uns direkt den gegen den flugzeugträger ich würde sie gerne zusammen angreifen lassen aber das lassen wir jetzt mal und ja jäger gegen jäger ist aber kein problem danach bitte die da so und hier zu hio greifen wir wieder an direkt manuell wieder so ungefähr hier jetzt haben wir natürlich einen flieger verloren was jetzt nicht so geil ist haben wir jetzt nur noch zwei torpedos die zu hio hat natürlich viel mehr flacken als alle anderen aber macht nichts wir werden sie auf jeden fall treffen jetzt habe ich wieder das falsche flugzeug hier so und jetzt können wir hier die zu hio nochmal angreifen oh ja die kommen gut die kommen gut die kommen gut immerhin zwei weitere treffer 15.000 schaden und jetzt werden wir auch nochmal hier unsere bomber starten die ja jetzt endlich mal gelandet sind die hatten ja ihren job getan unsere jäger sind noch da die können jetzt hier auch gleich direkt die gegnerischen torpedoflieger abfangen und da gucken wir mal zu würde ich sagen oder mit der taste z früher war es shift jetzt ist es z können wir hier zugucken wie die jetzt hier direkt die gegnerischen bomber zerlegen sieht schon mal sexy aus viel spaß jungs so der vorteil ist wenn wir jetzt jäger hier an gegnerischen flugzeugen dran haben dann können die nicht ordentlich gezielt abwerfen und schmeißen ihre torpedos teilweise echt in sehr sehr krassen ähm möglichkeiten äh krassen bögen und die kommen dann tatsächlich nicht mehr an sehr hilfreich so so wir werfen jetzt wieder bömmchen ab und zwar mitten auf die könig und zwar ungefähr hier naja voll daneben geworfen ah ein treffer naja was soll's so unsere flugzeuge kommen wieder oh den haben wir sogar versenkt sorry das war krasser frack ne den hab ich geklaut den hab ich einfach so gemopst so ja lief da gar nicht mal so schlecht also wir sind mit 63.000 Schaden ganz gut dabei da sind natürlich draußen profis mit ihren flugzeugträgern die richtig richtig reinholzen ich versuche mich hier ein bisschen dran übe noch ein bisschen und mal gucken wo es hinführt macht auf jeden Fall ganz viel spaß so oh schade jetzt wollte ich gerade nochmal ein paar tops abwerfen aber es lief ganz gut glaube ich so 165.000 Credits 3449 XP das ist hilfreich was richtig richtig ähm wichtig ist bei flugzeugträgern ist natürlich ein guter Kommandant ähm es werden demnächst irgendwann ja wir sind jetzt hier in einer Version wo es noch den fünften Perk eines Kapitäns gibt den wird es irgendwann nicht mehr geben dann gibt es nur noch 4 Perks also maximal Stufe 4 und der fünfte Perk für einen Flugzeugträger ist derzeit noch absolut wichtig den hab ich noch nicht denn der gibt euren Staffeln ein Flugzeug mehr also mehr Bomben mehr Jäger mehr Torpedos bei einem Angriff und das ist unsagbar wichtig für spätere Sachen also versucht so viel wie möglich ähm ja XP zusammen zu sammeln für eure Flugzeugträger Kapitäne die brauchen das dringend 63.000 Schaden 10 Torpedotreffer 2 Bombentreffer ja mit den Bomben bin ich hier bei den Japanern echt nicht gut wir haben ein Schiff vernichtet das haben wir einfach mal gemopst und 2 in Brand gesteckt sowie 3 mal Wassereinbruch verursacht insgesamt finde ich Flugzeugträger ganz lustig zu spielen was ich schade finde ist dass man einfach nicht ähm im Zug zusammen spielen kann also 2 Flugzeugträger in einem Zug sind nicht erlaubt was ich sehr schade finde weshalb ich die echt sehr sehr selten fahre aber gut ähm falls jetzt Fragen kommen was ist besser Amerikaner oder Japaner da hab ich keine Ahnung das werden wir zusammen rausfinden ich weiß nur dass ähm viele Profis da draußen echt sehr sehr gute Runden mit den Japanern fahren ob die das auch mit den Amerikanern schaffen weiß ich nicht so wir haben 22.000 auf der Tsuhiyo gemacht 24.000 auf der König und ja hier haben wir die beiden TDs getroffen wir haben jeweils einen getroffen großartig und ja gut angelegte Torpedos würde ich sagen in den Nebel da rein war also ganz lustig und ich hoffe euch hat's gefallen wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Schiffchen macht's gut bis bald euer Mo Tschüss